Schwedische Klimaaktivisten stürmten während der Let's Dance Aufnahme plötzlich die Bühne, um zu protestieren. Ein Aktivist wurde dabei von einem Kamerakran umgehauen. Es sind bewegte Zeiten für Klimaaktivisten, während Mitglieder der letzten Generation in Deutschland zuletzt in einer kontroversen Razzia von Polizei und Staatsanwaltschaft in die Zange genommen wurden und sogar zu Haftstrafen verurteilt wurden, nahm eine Aktion für einen schwedischen Klimaschützer ein weitaus abrupteres Ende.